Eine komplette Lobby voller Zuschauer mit No-Skins gegen zwei Content Creator mit roten Superhelden. Um genau zu sein, habe ich zusammen mit der Johnsy eine Runde gespielt, wo wir alle Waffen benutzen durften und ihr aber nur Healing und Pick-Axis. Davon haben wir zwei Stück gemacht und diejenigen, die uns eliminieren, das heißt mit der Picke eliminieren, bekommen einmal von Johnsy 500 V-Bucks und von mir exklusive Waffentarnungen von Epic Games. Wenn ihr bei sowas selber mal mitmachen wollt, dann kommt sehr, sehr gerne mal in den Twitch-Stream. Mein Twitch-Kanal erreicht ihr mit dem ersten Link in der Videobeschreibung. Auf Twitch heiße ich AlviVB und ich bin so gut wie jeden Tag live. Wenn ihr den Content auf diesem Kanal cool findet, gerne den Kanal kostenfrei abonnieren und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr auf dem Kanal. Und sonst, für den ultimativen Support, gerne den Creator-Code AlviVB im Itemshop benutzen. Es sind nur sechs Buchstaben, der Code ist wahnsinnig schnell eingegeben, ihr müsst nur ganz kurz daran denken, das nächste Mal, dass ihr Fortnite startet. Und sonst sind auch hier noch die Ehren-Supporter von euch eingeblendet, die mir auf Instagram ein Bild zukommen lassen haben, wie sich was mit dem Code AlviVB im Itemshop geholt haben oder den Code einfach nur eingetragen haben. Das reicht auch schon völlig aus, um eingeblendet zu werden. Und wenn ihr immer mal wieder eingeblendet werden wollt, dann müsst ihr mir auch immer mal wieder ein Bild zukommen lassen. Jetzt aber genug geredet, ich wünsche euch unfassbar viel Spaß mit diesen sehr, sehr geilen zwei Runden. Let's go, rein da! Ich weiß nicht, was wir machen. Es gibt so viele Möglichkeiten und guck mal, ich überlege auch immer, dann ein Video draus zu machen. Guck mal, ich will jetzt so ungefähr noch eine Stunde streamen, ungefähr. 98 versus Alvi und Jonas. Boah, ist das eine gute Idee, Simi! Boah, ist das eine gute Idee! Wir machen ein 98 gegen Johnsy und Alvi. Ah, okay, das ist geil. Das ist geil, gell? Da müssen wir aber jetzt Regeln machen, weil... Only bei Gags. Ja, also die Leute dürfen nur P-Kicks benutzen und das war's. Und es muss halt im No-Bild sein, oder? Und wir können es so machen, dass derjenige, der uns holt, der kriegt so eine Waffentarnung von mir, Chat. Und von mir kriegt er 500 Bits. Äh, 500 Bits, 500 V-Bucks. Also kann ich was für 500 V-Bucks aussuchen. Kriegt er? Ja. Okay, das war cool. Okay, so 500 V-Bucks von Jonas und von mir gibt es dann eine Waffentarnung, Chat. Ihr dürft nur eure P-Kick benutzen. Keine Items benutzen außerhalb von Healing. Okay, Chat, wirklich nur Healing. Das war's, Chat. Weil das Ding ist, ihr müsst euch vorstellen, ihr seid 98 und spielt gegen zwei Leute nur. Kommt her, kommt her. Einmal noch ein Happy-Tanz, bevor wir in die Lobby gehen. Du bist so schön, bist der beste Streamer und ein Macher und breit. Schuh in den Chat. Ach, Emil, Joni. Joni. Einfach Joni, Digga, was ist denn das jetzt? Joni, Joni. Wenn nicht, hier landet ihr seid tot, ne, Chat? Ich sag's euch. Okay. Hero wollte sich killen lassen. Ich hab auch zwei Schild-Bunker, ich glaub, die sind wichtig, damit wir die Leute weghalten. Ey, Chat, boah, also das ist wirklich taktisch hier, ne? Chat, übrigens, wenn wir hier als Sieger rausgehen, dann kriegt ihr gar nichts, ne? Wollen wir zum Tresor? Also, wollen wir Sheddered? Wollen wir Sheddered? Okay, komm, lass dann Sheddered, okay? Ich hab auch nichts dagegen, wenn ihr halt den Stream offen habt und halt seht, wo wir sind, Chat. Das ist okay. Das ist für mich auch okay. Ich hab auch immer noch keine Pump. Ich brauch jetzt echt... Und Attack. Wollen eigentlich die Bot, ne? Die sind da, die sind da, die Bro, lass die weiten. Go, 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 go! Hier sind Leute drin! Hier ist einer drin! Naja, ich hab ihn auch gesehen. Nice. Let's go, Digga. Wir missen aber raus, wir dürfen hier drin nicht gefangen sein, sonst können wir nicht weg. Ich hab nur zwei Splashies abzielen. Ich hab nur die Tränke, bisher. Wir wurden zwei abzielen, Omni! Was, was? Nice. Omni. Er ist von. Nice. Oder du pumpst nicht weg. 17. Nice, stark. Okay, wir müssen vielleicht Leute finden mit Splashies, also Splashies sind schon echt okay. Ich hab Splashies, glaub ich, von denen. Oh, bei mir! Egal, sind das viele oder noch? Oder nicht? Ach, der Arme. Mach dein Lieblings-Emote oder lass ich dich leben. Wenn er mir gefällt. Töt ihn. Töt ihn! Boah, Jonas, der ist echt schlicht cool, ne? Nein, nein, der ist echt schlicht cool. Was ist das für ein Emote? Maya Hi, Maya Hu. Anfang. Warte. Da ist die Goldene Harbor. Soll ich die Goldene Harbor nehmen? Ja, aber wir müssen die Leute am Anfang komplett verstecken. Wir sind gerade echt gut unterwegs. Wir haben auch inzwischen Got-Inf. Hier von uns, zwei Stück. Zwei Stück. Hier. Wo, wo? Hier, 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 hier. Ich seh's, hier, hier, hier. Hab ihn? Nice. Keiner ist runtergestaltet. Ich seh's, ich seh's, ich geh mit dir her. Hier kann ich lieber aufgeben. Jungs, ihr müsst schon so ein bisschen gucken, dass ihr halt wisst, wo wir sind, ne? Also, wenn ihr den Stream benutzt, ich, ohne Witz, ich finde das ehrlich gesagt nicht schlimm, weil das ist ja auch euer gutes Recht. Auch in dem Fall jetzt zu Stream snipen und zu gucken, wo wir sind, weil ihr halt wirklich keine Chance habt, wenn ihr alleine rumläuft. Ihr müsst immer auch, ihr müsst jetzt auch mal anfangen zu gucken, dass ihr mit anderen No-Skins mitläuft und zusammenbleibt, Chat, damit ihr halt, wenn wir euch fighten, dann anfangen könnt, zu 10 auf uns draufzupicken. Fliegen weg, die fliegen weg. Ich seh's hier. Von uns, das ist halt, von uns, das ist halt, von uns, das ist halt. Shit, nice. Ich stream snipe, perfekt. Funnig, stream sniping. Funnig. Egal, was... Oh, vor uns, vor uns, der kommt. Simplen irgendwo. Er, er, hier, er steht. Ja. Er fliegt. Er wird in die andere Richtung, der Arme. Wo, da unten, ich hol mir den anderen da. Fällt? Okay, ich seh den anderen. 90. Fällt den anderen. Er läuft, er läuft, er läuft, vor mir. Er läuft Richtung Zone. Digga, er hat halt Luftikus. Ja, okay, das darf er halt, ne? Er läuft in die Zone. Das ist ein bisschen noat. Luftikus ist smart. Warte mal, wo, wo, in die Zone? Ich hab ihn, Julian, smart gespielt, aber nicht gut genug. Aber nicht gut genug, Junge, der Arme hat nur ne Picke. Du musst auch die ganzen Häuser mal abchecken und so, ne? Hier können auch echt viele... Echt G&W rein, okay? Aber ich find's witzig, dass die Leute halt... Digga, wo willst du hin? Oh mein Gott, das sind so viele! Da hinten. Ich weiß schon. Digga, Emil, schiebt mich! Jungs, ich seh euch. Oh mein Gott! Was ist? Moin, Jungs! Hallo! Schiebfu! Schiebfu! Erwin, wo bist du, wo bist du? Ich fighte grad so viele. Drei Leute da. Hier Richtung Schüsse. Wo bist du? Richtig Engine? Ich hab vier Leute geholt. Oh mein Gott, hier waren so viele. Die Zone wird halt immer kleiner. Das ist halt Vorteil für sie, aber nach der Schonse. Und dann können sie viel besser auf uns drauflaufen. Zehn. Hier bei mir. Vor uns, vor uns, vor uns. Hol du den anderen. Ich hol den. Die von den Leuten dann weg. Wir spielen jetzt aber auch. Wir bleiben auch die ganze Zeit zusammen, ne? Egal. Jünger. Wir sind zu zweit, Bro. Wo willst du hin? Alvin, doch mal andersrum, bitte. Lass los, Jünger, lass los. Das darfst du aber nicht unterschätzen. Letztes Mal, ne, haben mich insgesamt sechs Leute mit Picke angegriffen. Ich bin an sechs Leuten gestorben, ne? Hier hat der Baum hinterm Baum. Oh mein Gott, du hättest die Splash. Jonas, das ist der auf dem Baum gewesen mit einem Slurp-Kanister. Ich glaub, der hat dich outplayed. Lass doch einen. Ja. Hier ist ne Golden SMG-Pars. Hier, vor uns, vor uns, vor uns. Goll. Zwei Stück. Einer ist reingelaufen. Ich geh da hoch, okay, damit ich den Weg abschneide. Geh ich runter. Hier, Bim. Ich rinne noch welche. Ich geh auf den hier unten. Ich hol mir den hier. Der ist komplett... Das ist der, der mich ausgelacht hat vorher. Bam, weg mit dir. Wer war das? Marius. Das müssen wir aber echt ein bisschen Gas geben. Nein, sie war nicht zu schicken. Ah! Mein Gott, der Gessen, Jünger! Oh mein Gott, sind hier viele jetzt. Eih! Ja, jetzt rennst du wieder weg. Der hat ein Ding. Den hole ich mir zuerst. Digga, Alvi denkt an, dass du nachlädst. Ein bisschen nachladen. Ja, ja, ja. Wir müssen die typischen Typen holen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Geh in den Sohn, ne? Digga, ich bin fast tot an Sohn. Nice. Noch einen. Letzt du. Stark. Schau mal, hier unten. Hier unten, Alvi. Unter mir. Ah! Schau mal! Oh mein Gott! Ich hab einen. Ah! Der Pickaxe. Junge. Jeder macht noch nicht. Diesen, Bro. Oh mein Gott, ich weggebe wirklich schon. Die ersten Leute fangen an zu Pickaxen, Jonas. Jonas, die Leute fangen an zu Pickaxen, ne? Du musst aufpassen jetzt. Ich probiere irgendwie auf dem High-Grow zu bleiben oder so. Weil, wenn... Gerade waren fünf Leute auf mir drauf. Ich will da verrieben. Wenn ich in den zweiten kommt. Ich gehe in Zone, ich gehe in Zone, ich gehe in Zone. Also ich bin in der Rack-Place. Jonas, das sind 20 Leute noch. Du musst aufpassen, ne? Wenn die... Wenn so 10 kurz auf dich draufgehen... Ich bin oben. Spreide dich hier von hier. Ich würde sagen, Bunker dürfen sie benutzen, ne? Das ist echt okay, finde ich. Und nicht mich hitten, ne? Pass auf, immer. Jetzt? Mein Gott, ich muss hoch. Geh hoch, geh hoch, geh hoch. Ja, ich bin so kacke. Spaß. Ja, aber H. Lad nach, Aldi. Lad nach. Ja, stimmt. Ich mache das recht. Die machen halt auch gar nichts. Die müssen kommen und picken. Okay, ich glaube, ich muss auf SMG switchen, Bro. Ich kriege meine AR nicht nachgeladen. Ja, das ist das Problem. Ich gehe gerade hoch und lad die ganze Zeit nach. Oh, ich habe dich gehauen. Nein, du hast dich gepumpt, Bro. Hier, 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 hier. Oder? Dead? Oder ich habe 100% auf dem Berg auf die Zeit, Bro. Ah, ich gehe auf dem Berg hoch. Ja, der geht auf dem Berg hoch, Alzi. Ich habe hier oben ein Ding. Oh mein Gott. Nein, ich habe ihn, ich habe ihn. Wir haben hier oben auf dem Berg. Wir haben gewonnen. Oh mein Gott, Digga. Digga, die kommen alle richtig hoch. Okay, ich gehe runter. Ich gehe rein. Alzi, du sprach von oben. Ich gehe rein. Okay, okay, okay. Nice. Hey, ich bin hier komplett hoch. Ja, Jungs. Digga. Ich glaube, ich will sie weglaufen. Haben wir gewonnen. Hey, wo bist du denn? Hey, Mucke. Ist vorbei, oder? Alzi ist nach draußen. Alzi ist nach außerhalb der Zone. Du hast mir so einen Hundertpaar. Ja, Bro. Weißt du, wie stressig das war an der einen Stelle? Der ist dahinten irgendwo. Ich höre ihn. Ich gehe auf ihn, okay? Ich gehe auf ihn. Ich mache die Luft. Er ist gestorben, er ist gestorben. Er ist gestorben. Okay, nein. War Simi. Ey, sehr, sehr geil, Chats. Wir machen aber noch eine Runde und ihr dürft diesmal, wir werden jetzt die Regel einfinden, ihr dürft Bunker benutzen, okay, Chat? Ihr dürft Bunker benutzen und vielleicht, was können wir denen vielleicht noch lassen? Das ist schwer. Damit die hochkommen. Okay, also ihr dürft Bunker benutzen und Katanas, okay, Chat? Aber Tag und Titan nicht. Und Shield Bubble. Okay, Shield Bubble ist auch noch okay. Shield Bubble ist auch noch okay. Okay. Also Shield Bubble, Katanas, Healing und eure Pick. Und Bunker halten. Oh mein Gott, weißt du. Das wird jetzt schwerer. Das wird jetzt viel, viel schwerer. Aber wir müssen auch die Leute jetzt echt wirklich die ganze Zeit wegholen. Ja, da dürfen wir auch nicht mehr Gnade weiten, dass wir als ein cooler Dance sind. Also wenn wir, wenn ihr aus Seed-Chat, dann ist eigentlich vorbei. Ihr müsst laufen, Chat. Die Rot-Punkt. Ich würde mich da schon langsam mal auf den Weg machen. Halb-Tresor finde ich eh in MP. Darf man sich gegenseitig killen mit Pick-Aggs? Ja, aber ist halt dumm. Schau, wie die komplette Map leergefegt ist, Alvi. Ja, ist so krass. Niemand, wir werden gleich so überruppelt. Die Leute gucken so den Streams in dem Call und sagen, ey, die sind jetzt Shed-Art. Davor waren die halt nicht organisiert, ne? Ja, jetzt ohne Witz. Jetzt sind die organisiert und haben mehr Sachen. Ja, haben mehr Sachen und es sind auch noch mehr. Mehr Ratten. Aber guck, hier sind Leute gedroppt. Wieso, siehst du welche, oder was? Nee, aber hier ist Loot. Reso ist aber zu, diesmal. Ja, schade. Also das wird gleich eine komplette Vollkatastrophe. Das wird echt ein Endgame, das wird ewig. Siehst du ihn oder nicht? Ja, er ist, er bleibt hier irgendwo. Ach, er ist hier oben in der Ecke. Woll? Machst du ihn? Nice. FR, Cheater, Junge! Da ist er, da ist er, da ist er! Was macht er? Im Bauch! Hey, was macht er? Das darf der nicht. Achso, ich dachte, er hat dich mit Schwert getötet. Ja, nee, er wollte. Aber er hat den Schwert-Pick-Aggs. Achso! Achso, was war die Schwert-Pick-Aggs? Ich dachte, er dachte so, dass das ist das Schwert. Ja, ich dachte auch, dass das wäre ein Schwert. Achso, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, hast recht, jetzt hast du es gut. Junge, er hat aber die Schwert-Pick-Aggs gehabt. Loil. Die sind halt alle safe unten bei Mega-City gelandet, weil da die ganzen Schwerter sind. 100%. Hatte ich hier bei mir? Ich wollte es sehen. Ja, habst du den? Er ist unter dir. Er ist in Wind gegangen. Jetzt? Ja. Weiter, oh mein Gott! Hier, wo ich den Typen gekillt habe, der... Ahaha, er holt sich den Spare-Loot. Der Stinker. Nein, Junge! Ja! Komm, jetzt, vor uns, also direkt vor mir, direkt vor mir. Direkt vor mir. Hier oben. Er hat ein Schwert auch dabei. Cracked. Hä? Bruder, er hat ein komplett MLG. Digga, also manche Leute spielen das halt wirklich nicht dumm, ne? Hier vorne, hier oben, hier oben, hier oben. Wo, wo? Was ist hier? Du musst immer callen, weil ich sehe dich ja nicht. Ah ja, da. Ist es der? Ne, ne, ne. Der schubbt den Fluss, der schubbt den Fluss. Okay, perfekt. Er hat nur sich sparen können, der hinten. Hast du ihn? Nein. Nein, nein. Oh mein Gott, die sind so viele. Oh mein Gott, hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Wir müssen jetzt die Waffen holen, oben. Ja, jemand hat sie. Jemand hat sich die geholt. Er hat sie versteckt, der Stinker. Er hat sie versteckt im Fluss, guck mal. Er hat sie gefunden. Was? Du musst auch killt machen. Jetzt komm. Du musst auch killt sein. Ich geb mir doch Mühe, Bro. Ich geb mir doch Mühe. Digger. Gleich search. Ach du Scheiße, das stimmt. Wir müssen die Leute töten. Ja, wir müssen echt die Leute töten. Zwar schnell. Oh Gott. Das ist so kacke. Ich geb mir doch search auf dich. Was bist du da hinten? Ach Jonas, das hab ich schon alles abgeklappert. Hab einen. Okay, nur sorry. Ja, es leben 70, 60 Leute, Bro. Was für das? Die zählen in den Bäumen. Du musst aufpassen. In den Bäumen? Ja, die zählen alle auf den Bäumen. Geben ja alle schwer. Die zählen alle nobel in den Bäumen. Ich beschubte jetzt schon 3, 4 Leute aus den Bäumen geholt. Hallo. Oh mein Gott, da oben. Wie viele sind denn hier bitte? Hier unten. Zwei Leute. Die sind so viele, Albi. Ja, ja. Die fangen mich an zum Kick-Action. Langsam. Okay. Noch ein. Nice. Storm-Search. Oh, die sind alle so in den Bäumen. Die sind in den Bäumen, Albi. Mach mal die Bäume kaputt, bitte. Ja, warte, warte, warte. Egal. Bro. 50 Leute noch an dem. Hier, Albi, ich bin hier. In der Ecke hier, Albi. Wo, wo? Oh, ich seh's, ich seh's. Ja, nice. Geh auf den Blotten, geh auf den Blotten. Ja, geh du dahinter, ja. Ich geh auf die andere Seite. Das sind da ultra viele. Oh mein Gott, wie viele sind hier? Ich komme. Dead? Es sind viel zu viele noch alive, ne? Die sind alle in den Bäumen, Albi. Hinter mir. Ich dachte, ich hab' ich nicht gesehen. Oh mein Gott, das ist one! Jürgen, du weißt gar nicht, dass ich einen Polz nicht hab, Jürgen. Hey? One. Ich kann meine SMG nicht nachladen. Ich hab' meinen SMG-Bug, Albi. Ich hab' meinen SMG nicht. Ich hab' sie gedroppt. Pass auf, das bin ich. Pass auf, pass auf. Hol' den Ding. Nice. Hat deine SMG dabei? Ich kann meine SM... Komm, wir tauschen, Albi. Komm, tauschen. Ja, okay, okay. Habt ihr die mitnehmen. Schauen wir mal. Bro. Ey, er wollte im Armen. Noch an. Nicht so, Ch- Bro. Noch an. Ich bin grad so konzentriert, Chat, ne? Hilfe. Kommt noch an. Wir müssen uns richtig beeilen, jetzt. Hä, du hast nicht geintet, Albi. Hä, der 136, ja? Ja, du hast nicht geintet. Okay, sorry, sorry. Ich glaub, wir schaffen das, ne? Ne, ne. Mach weiter, mach weiter. Ober auf'm Dach. Hinter dir, Bro. 275. Nice one! Ah! So. Oh mein Gott! Was ist hier los? Ey, Bro, 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 Bro! 74 HP! Oh mein Gott, die Fake-Axen. Bist du fein? Ich bin fein, ich bin fein, ich bin fein. Ich muss healen. Kommt noch an. Jetzt, pass auf jetzt, ne? Oh mein Gott! Pass auf jetzt, weil jetzt können die auf dich draufgehen. Wenn die Bock haben. Cooler, das kriegen wir niemals hin. Das sind so viele. Ja, die machen das auch smart. Die kicken mich aus der Zone raus, ne? Mit dem Schlittern. Ja. Du musst reincharten. Oh mein Gott! Ich hab noch nie so'n... Okay, ich komm's hoch. Wir gehen alle parallel, die hinterher. Hab einen. Nice. Alvin, du musst meinen Rücken haben, ich muss deinen Rücken haben. Ja. Nachwein. Nice. Nachwein. Oh mein Gott, Digga! Digga, es geht so... Es geht hier ab. Oh, ich bin unten. Hier, in der Endecke, in der Endecke. Kann er nicht. Sorry, das geht ja gar nicht. Hoch! Ich würd sagen, dem letzten Überlebenden kriegen wir aber trotzdem was, okay? Ist ja einfach zu gut. Hey, hier ist ein Außenthal. Geh doch nicht. Ah! Oh mein Gott. Oh mein Gott, die fähig ist doch... 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 Jungen, das ist ein Massaker! Ich bin viel zu konzentriert die ganze Zeit. Okay, die letzten zwei Überlebenden kriegen aber trotzdem was, okay? Lass so machen. Eckstein, Eckstein, alles muss los. Eckstein. Ah! Wie viele da waren, ne? Nice. Fangen an zu hier laufen. Ok, noch einer. Die letzten zwei haben dann gewonnen, dann lass sie reinkommen oder so. Die werden hier jetzt hier laufen. Ja! Hast du ihn? Ich hab ihn. Ok, die letzten zwei, Chat. Wo seid ihr? Rice? Rice und Vi- Nee, Rice, glaub ich. Ja, Rice. Okay, hier liegt zu viel wie du. Ich bin tot. Ich bin tot. Ok, wer war der letzte jetzt? Weiß nicht. Er sitzt im Busch mit 80 Kloppern. Wie heißt er? Wer ist er? Hat er gewonnen? Jaja, wie heißt er? Ok, warte mal. Wer von denen stirbt ist? Ich glaub Rice stirbt. Oder Klixi? Klixi? Ja, Klixi ist der, der von Jonas geholt wurde. Ich hab ihn auch richtig gegrieved den Typen. Ja, ok. Also Rice einmal und Cruax, der hier im Bus chillt. Äh, im Bus chillt. Cruax und Rice. Jungs, ihr habt gewonnen. Sehr, sehr stark gespielt gegen uns. Also wirklich. Das war echt ein geiles Battle. Das war echt ein sehr, sehr geiles Battle. 365 Viewer haben wir. 10 Viewer for Viewer Rekord Chat. Crazy. Wie viel Dank für den Support Chat. So, ok. Rice und Kruax. Könnt ihr bitte mir ein Bild schicken. Einfach wie ihr in der Lobby steht. Auf Discord. Damit ich weiß, wie ihr beide auf Discord heißt. Und dann addet euch Jonas. Der giftet euch beiden was aus dem Item Shop. Sobald ihr eben was haben wollt. Und von mir kriegt ihr dann Waffentannungen, sobald ich sie von Epic Games habe. Das sollte in 2-3 Tagen sein. Alright? Er hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, Chat. Das ist sehr. Das hat wirklich Bock gemacht. Bis zum nächsten Mal.